Moin Chana, warum lachst du? Ich schreibe gerade mit jemandem. Komm, wie heißt er? Er heißt Connor und er ist 26 Jahre alt. Chana, du bist 14. Ja, na und, wir verstehen uns richtig gut und er sagt auch so oft, dass ich voll reif für mein Alter bin. Natürlich sagt er das. Was schreibt ihr denn so? Also er sagt, er will mich unbedingt kennenlernen und er sagt mir auch die ganze Zeit, wie hübsch ich bin. Und das sagt mir keiner so oft. Chana, du kennst diese Person nicht. Man kann sich im Internet ausgeben, wie man will. Am Ende ist er nicht mal 24, sondern so alt wie unser Papa. Warte doch mal, er schickt mir doch auch ständig Bilder von sich. Das wird er schon sein. Was schickt er dir so für Bilder? Also bisher ist er auf allen Bildern Oberkörper frei, aber ich denke, ihm ist einfach nur warm. Oh mein Gott. Er hat gerade geschrieben, was sind die Nudes? Warte, was? Ja, er fragt, ob ich ihm Nudes schicken kann. Was ist das? Chana.